Hallo liebe Fußballfreunde, Thema SSV Ulm Thema 3. Liga 2023-2024 11. Spieltag SSV Ulm gegen Dynamo Dresden Ergebnis 2 zu 3. Startelf, Dinam. Startelf, SSV Ulm. Ulrak, Gal, Geyer, Rabotka, Aldeiner, Birrand, Mayer, Roche, Klaussa, Röser, Schienzer, Startelf und Dynamo Dresden. Trilika, Kamekanist, Lewald, Kaltrich, Böning, Will, Herrmann, Hauptmann, Brokowitski, Kuschke, Zimmerschied. Das war's von SSV Ulm gegen Dynamo Dresden 19.39 Uhr.